Was mal unter Wasser ist? Interessant. Okay, alles tot. Zack, zack. Hier ist eine Falle. Nacht. Klar, brenn. Oh. Dann. Ach, hier ist noch eine. Scheiß Viecher. Ganz ehrlich. Eigentlich wollte ich doch zu dem Missionsziel fahren, aber irgendwie... Okay, alles klar. Kein Problem. Wo soll diese Stähle sein? Was, dass das hier wieder hoch geht? Mal ganz kurz gucken. Da ist noch was. Drachmen. Okay. Noch nicht. Das muss es sein. Das muss es sein. Yes. Ja, schön. So. Dann schieben wir es vor. Na. Dann machen wir uns den Weg halt frei. Hey. Fauliges Fleisch. Juhu. Na. Schatzvieh. Geht mal auf Eier. Ja. Hier ist... Hier ist... Müsste ja gleich der Ausgang sein. Genau. Hier sind wir gekommen. Oder nicht ganz. Oder nicht ganz. Na doch. Hier sind wir reingekommen. Auf zum Schiff. Hat sich ja gelohnt. Dann kann man das auch mal machen. Ich sehe gerade. Ich habe gerade einen Punkt. Der muss auch noch vergeben werden. Und hoch. ganz kurz. Punkt vergeben. Äh. Voll ausgeskillt. So. Die Entdeckungsreichweite. Okay. Eine bessere Tarnung. Nehmen wir einen Attentatsschaden. Maximum. Zum nächsten Ziel. Mit Vollgas. Bitte. Jetzt aus. in die Richtung. Ah. Diese Seereisen damals. Hart ist los. Von rum her. 380 Meter bis zum Dingens. Das wäre hier. Wurzeln eines Imperiums. Was haben wir da? Wir könnten uns den Punkt hier mal schnell holen. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Stimmt da oben. Hörn wir uns den Punkt da oben. Und von da aus können wir ja weiter reiten. Okay. Marsch marsch. Vollgas. Es muss da oben sein. Makedonien. Makedonien. Wurden wir jetzt. Schau, schau. In Makedonien. Drakathos. Da oben. Ist das mit Sicherheit. Dass der nie außer Puste ist, ne? Die ganze Zeit hier Berge hochklimmen. Und hast du ja nicht gesehen. Da scheint die nicht wirklich was auszumachen. Was ist denn das mit dem Ports synchronisieren? Das muss da oben sein. Ist doch hier oben, oder? Kann nur da oben sein. Na, das ist hoch. Marsch. Flott. Weiter. Nicht stehen bleiben. Oh ja, Freeclimber. Gott, du Gott, du Gott. Ist ja wie ein Mount Everest besteigen hier. Mein Gott. Ist ja der Hammer. Oh. Was seh ich denn da? Äh, okay. Wow, komite Gegner. Was? Okay. Nur durch Zufall entdeckt. Löwenkralle, weiches Leder. Immerhin. So, weiter geht es. Wir gehen jetzt per Land dorthin. Ich glaube, das sind zwar schneller als mit dem Schiff. Ja. Komm. Wenn wir unten sind, dann holen wir unser Gaulchen. Gleich sind wir da. Oder wie ich es auch liebgevoll nenne. Offroad. Weil er wirklich über Stock und Stein geht. Tausend Meter. Die Molls brauchen wir auch gerade sehr viel. So, ab über den Strand. 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 Ampipolis. Ampipolis. Eines Tages wird es ein großes Reich. Ja, okay. Naja, komm. Ah, da oben. Was? Dann mach mal. Und wieder runter. Hört mal an, ich müsste dringend verkaufen. Das trifft sich gut. Wir brauchen nämlich Kohle. Erstmal das. Dann... Genau, diesen ganzen Lumpi hier. Schwerer Streitkolben. Ah, der Curve-Bogen. Erstmal den ganzen schmatterer Dodge mich. Komm zu mir, wenn du etwas suchst. Jetzt zerlegen. Äh, der geht nicht. Der geht nicht. Das geht nicht. Das Ding hier. Das ist was mit Bögen. Haben wir auch nichts mehr. Aber hier. Erstmal das weg. Piratenkapuze. Ach, jetzt habe ich den Helm des Tesors kaputt gemacht. Na ja, was soll's. Was ist das hier? Athena? So. Alles nur Gurze. Wir brauchen die Sachen nun mal. Es geht nicht anders. Mann, hier den Müll. So, und dann hier noch das. Also, alles, was jetzt keine Set-Teile ist, wird... ...wird... ...das erstmal vernichtet werden. Bei den... Diesen Gulpel brauchen wir nicht. Aber wie bist du denn? Jägerschaden. Athena-Helden-Gürtel. Jetzt haben wir noch die Füße. Und da haben wir auch eine ganze Menge. Hier. Man müsste die Sachen, die man gerade anhat, irgendwie sperren können. Dass man definitiv immer nur das auswählt, was man... ...verkaufen will. So, das haben wir auch. Alles klar. Jetzt reden wir nochmal. Verbessern. Ähm... Auf 1,9. Könnten wir machen. Oder aber... Den Bogen könnten wir hochpushen. Die Mütze. Hm... Ich guck grad mal, was haben wir denn am schwächsten. Beine sind grad das Schwächste. Okay. Dann nehmen wir den Heldengürtel. Nehmen wir das noch. Dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Das können wir schon nicht mehr. Wie sieht es aus? Können wir die Schwerter noch verbessern? Die Axt könnten wir noch verbessern. Hier fehlt es uns an Leder. Gut. Kaufen wir vielleicht nochmal Leder. Wenn er hat. Windpferd. Ähm... Nur alte Tafeln. Er hat alles da. Außer Leder, ne? Shit. Schade. Kein Leder. Brasidas, du bist hier. Meine Nachricht kam an. Ich hörte von Pylos. Geht es dir gut? Ging mir schon schlechter. Wir haben ganz andere Probleme. Das ist unsere Chance, Brasidas. Heute töten wir Kleon. Wenn du es nicht tust, dann tue ich es. Du verschweigst mir irgendwas. Ach. Ich bin wegen Kleon hier. Belassen wir es dabei. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich hab mich in dir getäuscht. Du bist Spartanerin. Du solltest wissen, was Treue bedeutet. Wir sind Spartanerin? Hallo, wir sind ein Kerl. Ich bin hier oder nicht? Wir kämpfen denselben Kampf. Das musst du noch beweisen. Das tue ich jetzt. Wir verschwenden Zeit. Athen sammelt seine Verstärkung. Ich. Wir müssen jetzt angreifen. Gehen wir. Malacka. Hm. Malacka. Okay. Auf zum Schlachtfeld. Malacka. Auf zum Schlachtfeld. Na ja, dann bin ich mal gespannt. Die Athener sind hier. Spartiaten, vorwärts. Au. Ja, dann. Ja, zack. Wir haben fliegen. Nichts. Oh, kick in der Ass. Nass. Okay Brasidas ist hier vorne in Action Okay, der lässt sich hier gar nicht Ja, sag goodbye Leicht buggy hier Komme, du gehst mal auf den Puffer Wo bist du denn? Jetzt geht der wieder hoch Was ist denn hier? Erst rennst du unten lang Jetzt rennst du wieder oben lang So, jetzt aber Nehmen wir die große Keule Halt, hier liegt nur was Okay Naja, ernsthaft Okay, da geht's an Da ist die Schlacht Diesmal rennen wir direkt aufs Schlachtfeld Interessant Ich hoffe, dass es die richtige Wahl ist Jetzt mit dem großen Kolben hier durch die Gegend zu ziehen Bäm Na Hick 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 Oh, komm Einmal Gleich noch einen Noch einen Hacken wir uns mal hier durch Alter, das war geil Zack Hack, hack, hack. Ja, hack. Ich hab ein bisschen gehacktes heute. Die Axt ist einfach nur brutal. Komm. Okay, wo ist das andere, Tupi? Na, krass. Na, komm. Wo ist denn der Typ jetzt? Kette. Noch einen Hacken. Noch einen Hacken. Ja, okay. Komm. Hack. Wir hacken hier alles weg. Ähm, haben wir gewonnen oder haben wir jetzt verloren? Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Oh, shit. Es ist gut. Du willst du, schrick? Du siehst immer alle so persönlich. Oh. Ähm, okay. Cleon. Töte Cleon. Alles klar, Cleon. Spüre meine Axt. Oh, den Fickste. Oh, den Fickste. Lade doch meinen Frieden. Und Tschüss. Alexios, komm schon, sei gnädig. Du brachtest sie gegen uns auf. Meine eigene Schwester. Wir bauten Demos auf. Wir machten sie groß. Unaufhaltbar. Sie ist jetzt ein Monster. Dann kämpf an ihrer Seite. Leere sie. Du könntest wieder mit Demos vereint sein. Ihr Name ist Cassandra. Ich bitte dich. Die Welt ist geteilt, Alexios. Und wir vereinen sie. Halt euch Scheißmaul. Meine Hände sind leer. Hab Mitleid. Nein. Wir sind böse. Richtig böse. Du stirbst. Wie du gelebt hast. Wie ein Feigling. Ich bin noch nicht fertig. Man wird mich nicht vergessen. Du bist die Erinnerung nicht wert. Du bist die Erinnerung. Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020